Betrifft Geschichte Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Die Geschichte Österreichs in 29 Kapiteln. Mit Ernst Bruckmüller und Wolfgang Ritschel. Heute Prinz Eugen und die höfische Kultur. Prinz Eugen galt im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert als der größte Feldherr der österreichischen Monarchie. Dabei war er Franzose, hieß mit vollem Namen Eugen Franz von Savoyen-Carignan und diente nur deswegen den Habsburgern, weil ihm Ludwig XIV. verwehrt hatte, in der französischen Armee Karriere zu machen. Er war aber auch ein großer Diplomat, der oft versucht hat, das heikle europäische Gleichgewicht immer wieder auszutarieren. Wie konnte einer, der als Mittelloser zugereist war, zu so einer bedeutenden Stellung am kaiserlichen Habsburgischen Hof gelangen? Prinz Eugen war Mitglied einer europäischen fürstlichen Familie. Also die Savoyer waren ja Fürsten des Heiligen Römischen Reiches und sie waren mit der französischen Königsfamilie verwandt. Also das war erste Garnitur. Und natürlich, Ludwig XIV. wollte den relativ klein gewachsenen Eugen nicht als General haben, sondern ihm eine Abtei geben. Aber der Eugen hatte in Wien ja einige gute Verbindungen. Er war mit der gesamten europäischen Fürstlichkeit ja verwandt und verschwägert. Er ist also keineswegs so als Bettler oder Mittelloser dahergekommen. Das heißt, mittellos war er schon. Erst einige Jahre später hat er dann in Savoyern, in seinen Stammlanden, dort hat er dann zwei Abteien bekommen, die er als Laienabt beherrschen konnte. Und das hat ihm sehr schöne Einkommen getragen. Prinz Eugen hat sich mit der Errichtung des oberen und des unteren Belvedere ja ein heute noch weithin sichtbares Denkmal gesetzt. Daneben hatte er in der Wiener Himmelpfortgasse ein Stadtpalais. Damit ist er die bedeutendste Verkörperung eines allgemeinen Trends. War man als Adeliger im 16. Jahrhundert noch ohne Residenz in Wien ausgekommen, so musste man im 17. Jahrhundert ein Palais in der Residenzstadt des Kaisers haben. Mit ja allerweise gleichem Sommer- undem Winterpalais. Okay, der absolutistische Herrscher wollte so auch seinen Adel einer gewissen Sozialdisziplinierung unterwerfen. Die Aristokraten wurden so von ihren Herrschaften und der lokalen Macht entfremdet, damit sie dem Kaiser nicht wie in der Reformationszeit gefährlich werden konnten. Kann man da, Herr Bruckmüller, von einer Zähmung des Adels durch die höfische Kultur sprechen? Tatsächlich hat es der französische König geschafft, mit seinen enormen Finanzmitteln den hohen Adel von sich finanziell abhängig zu machen. Er bezahlte den Adeligen Herrn große Pensionen, also große regelmäßige Geldsummen wurden da flüssig gemacht, damit sie in Versailles oder in Paris residierten. In der Habsburger Monarchie hat das nicht so gut funktioniert, weil die Habsburger natürlich nicht so reich waren. Sie konnten ihre hochadelige Umgebung nicht mit Geldmitteln überschütten. Sie haben etwas anderes gemacht. Sie haben ihnen den Zugang zu den einträglichen höfischen und staatlichen Positionen gesichert, also vom Hofkammerpräsidenten bis zum Hofkriegsratspräsidenten. Das waren Positionen, die nur einer bestimmten Schicht zugänglich waren und dann auch sehr auskömmlich waren. Der böhmische, ungarische, aber auch der österreichische, steirische und so weiter Adel ist daher niemals so seiner ländlichen Umgebung entfremdet worden wie der französische. Und sie haben über ihre höfischen Positionen auch immer zugunsten ihrer Länder gewirkt. Also sie haben zum Beispiel verhindert, dass für Böhmen oder für Niederösterreich die Steuerforderungen allzu hoch gestellt wurden. Durchaus aus eigenem Interesse, denn die Steuern, die der Bauer nach Wien zahlte, konnte er dem Grundherrn nicht mehr abliefern. Also dieses Modell höfischer Absolutismus bändigt den Adel, funktioniert in der Habsburger Monarchie nur zum Teil. Schon insofern, als es zu einer Konzentration beim Hof kommt, aber nicht zu einer ausschließlichen Orientierung der Einkünfte auf die staatliche Seite. Prinz Eugen und die höfische Kultur. Sie hörten Folge 7 zur Geschichte Österreichs in 29 Kapiteln. Es berichtete der Historiker Ernst Bruckmüller. Eine mit circa 15 Minuten deutlich ausführlichere Fassung dieses Gesprächs können Sie als Podcast abonnieren unter oe1.orf.at-archiv-geschichte Österreichs.